Was läuft heute? Wir sind hier auf der Erdenkapelle in Richtung Ahral, wo man die sechs Supercharger-Bahnen an Betrieb geht. Das sind Superfastcharger, das heißt, dass die Autos bis zu 350 Kilowatt laden können. Wenn zum Beispiel ein Auto 200 Kilowatt laden, dann wird die Bahn in einer halben Stunde eine Reichweite von 500 Kilometern errichtet. Für das können wir die sechs Bahnen gleichzeitig betreiben, haben wir ein Trafo von zwei MVA installiert. Auf diesem Ausschluss können wir 16 Megawatt ausschließen. Das ist erst einmal das, was wir installieren können, so dass wir auch schon für die Zukunft gerüst sind. Die Elektromobilität wird in Zukunft immer mehr eine große Rolle spielen. Dafür bauen wir das Netzwerk dementsprechend aus und wir werden nur eine bestimmte Intelligenz und das Netz herabbringen.